moin moin leute der misantrop ist wieder da wir machen weiter mit wir stehen hier immer noch vor diesem wunderschönen rolltor um nach meys mutter zu suchen die schon wie wir gehört haben in der letzten folge begrüßt wurde schauen wir mal was begrüßt so bedeutet ich habe kein gutes gefühl hierbei ach du scheiße das ist ein großer 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 raum fuck not good der hat eine pistole ne ja hat er wie sieht das mit dem aus dort ist ein gepanzerter für den brauche ich den schuss die beiden ich kann das nicht erkennen okay wir machen die einfach irgendwie fertig das passt schon erst mal fangen wir an hier mit feil und bogen aber das ist gut die sehen mich nicht kamen es sei denn jetzt scheiße der leiden hat ihn nein ich will wegrennen oh gott das ist wieder dasselbe es ist wieder dasselbe wie in allen teilen zuvor ich will wegrennen und hau mit der machete zu könnt ihr die scheiße rennen könnte das nicht woanders drauf legen mein gott machte schieft wie jeder andere auch meine fresse geht mir das auf die nüsse die 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 das die 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 We got company, boy! What happened now? What the fuck? Hold up, hold up! Please don't kill me! Haven't you had enough? Payback time! I got your number. Don't! Don't! Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me! F***er, you dumbass! Damn normal! Where is actually the ammunition from that guy? Ah, here in the front. It's okay, girls! You never have to dance again! That's true! That's true! Haha! This Arshlöcher, that's true! That's true! This shit-steuering with Links-Click-Mouse-Rennen Links-Click-Mouse-Attackieren That's true! Oh, here goes on! This is a big, a big room! That's not me! That's true! Look behind us. I don't see anything anymore... Blah! Also in this room would I don't want to be here in the chat! What's for a hell of a music. hier läuft. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Oh Mann. Ich will nicht wieder sterben. Aber die Steuerung ist so lästig. Gucken wir mal. Okay. Ach, schön. Hier geht's nach oben und nach unten. Oh, da ist Feuer. Heißt das, ich habe hier die Gelegenheit, jemanden dort reinzutreten? Oh, da... Nein, da sitzt keiner. What? Warum zieht die Musik so hoch? Was ist passiert? Was haben wir denn da? Was ist das denn? Was liegt da denn für ein Ding? Weil dann muss ich wieder aufschießen. Das will ich nicht. Shit. Ach so, schnell hinrennen, die Waffe aufsammeln, oder wat? Fall endlich tot um. Ja, soll ich sie aufschießen? Ich weiß nicht, ey. Das sieht interessant aus, was da drin ist. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Gucken wir mal, was da da drin ist, weil das Ding sieht echt dick aus, was da drin liegt. Ach komm, jetzt mach doch das Ding auf hier. So. Was ist das? Adrenalinspritze. Das ist eine Adrenalinspritze gewesen. Hätte ich das gewusst, Alter. Ich dachte, das wäre irgendein dickes, ich weiß es nicht, was ich dachte, das wäre. Irgendwie, keine Ahnung. Was Bestimmtes zum Töten von Menschen. Aber wer hat gewusst, Alter, dass es hier eine Adrenalinspritze gibt, Alter, die so groß ist wie mein Unterarm. Gott verdammt. Wenn die voller Adrenalin wäre und ich würde sie mir in den Balch jagen, Alter. Da hat mein Herz aber Spaß. Was ist das hier? Rattenfleisch. Das lacht er vorhin aber noch nicht, oder? Okay. Gucken wir mal. Da oben kommen wir, glaube ich, nicht weiter, so wie es aussieht. Also steigen wir hinab. Kann ja nur besser werden. Hallo. Ich habe mich ein wenig verirrt. Ich suche... mache ich jemandem. Ich habe viele Leute hier. Ich habe mehr Chance, zu finden, zu finden, in den Betträumen zu finden. Äh, eine Frau, die Kind hat. Ach gut, hier ist gar keiner. Scheiße, es geht noch weiter runter. Wieso geht das denn noch weiter nach unten? Hä? Ach, jetzt bin ich... Jetzt bin ich wieder in der Tiefgarage. Nee, hier möchte ich nicht hin. Was hat die gesagt? War dritte Etage oder vierte Etage? Hatte die gesagt, ne? War doch das Schlafzimmer oder die Bedrooms. Ja. Oder? Moment, ich schau mal eben auf die Uhr. Leute, tut mir leid, aber irgendwie... So, okay. Äh. Dieses doofe Handy mit seiner Öko-Funktion, ey. Etage drei. Das sieht nicht so aus, als wenn wir hier irgendwo rein könnten. Gehen wir mal weiter. Das ist aber auch ein lieblos hintexturiertes Stück Schlauch. Und die Axt auch. Okay. Ich glaube, hier sind wir richtig. Geht ja auch nicht höher. Ja, die Musik zieht an. Egal. Die Wahl der Qual. Gehen wir erstmal hier lang. Hängt da einer, ey. Ohne Beine. Gross. Los, alter. Die haben sie aber gut bearbeitet. Warum wohl? Juhu. Wir dürfen also zweimal sterben. Das ist doch fein. Okay. Weiter geht's. Ich will die Wichser am besten überraschen, ey. Von hinten irgendwie. Wie mit dem Pfeil. Rinne in der Gop. Oder in die Brust. Oder in die Brust. Oh. Shit. Fuck. Alter, was ist das denn für ein Hotel hier? Das ist voll aus Lothra aus. Ist ja gerade ein Bericht. Oh, shit. Ich kann ihn nicht treffen. Oh, ich kann ihn nicht treffen. Scheiße. Okay, 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 okay. Ich muss der Kleinen helfen. Wehe, du schlägst sie. Ich will sie nicht mehr machen. Alter, okay. Alles klar, du bist tot. Wenn ich einen Weg zu dir rein finde, Alter, du bist sowas von tot. Dir reiß ich die Nüsse ab, ey. Hat er diese jetzt umgebracht? Nein, das kann nicht sein. Der hat die doch jetzt nicht umgebracht, oder? Hat er ihr jetzt einen Bitch-Slap gegeben? Oder? Hey, Dudes. Äh. Ich will kein Ärger haben, ja? Ich will kein Ärger haben. Oh, shit, da ist noch einer. Ich will kein Ärger haben, okay? Gewimmst du, Hundesohn? Komm schon, schnell genug, schnell genug. Nein, okay. Lauf, Alter. Gott, verdammt, dass ihr mir nie eine Chance lasst, Alter. Dass ich immer meine Kugeln verballern muss. Ihr dreckigen. Lebst du noch? Oh, Mann. Diese Schweinefürsten. Lebt die Kleine noch? War das das Zimmer? Das war es nicht. Hier aber noch eine Frau. Verdammt, Mama, Alter. Der Puff hier ist aus der Hölle, ey. Jetzt habe ich keine Kugeln mehr, ey. Das ist scheiße, ich hasse sowas. Ganz ruhig, Alter. Shit. Na ja, sicher. Ach, der hat die Leichen in dem Gang gesehen. Fuck. 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 Ich hätte ihm direkt mit den Fallen umbogen. Warte, jetzt. Keine Gnade mehr. Jetzt reicht es hier. Jetzt ist genug. Mir reicht es jetzt hier. Aber ich muss da nochmal genauer hingucken. Ey, dass ich den aber auch nicht... Dass ich den hier nicht killen kann. Ich meine, was ist das da? Das ist doch bloß... Das ist doch nur ein Vorhang. Einmal durch so ein Loch gezielt, ey. Und weg ist er. Das ist schon hart, Alter. Das ist schon hart, Alter. Ach. Okay. Alles klar, der hat ihr einen Bitch-Slap gegeben. Nee, rüberhangeln kann ich da auch nicht. Kann ich da rüberspringen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann mir das wirklich nur angucken. Wie grausam, ey. Keiner von denen hatte eine Pistole, ne? Ganz cool, Alter. Gib mir noch die Chance, ein bisschen weiter zurückzunehmen, damit ich deinen Kumpels mit Pfeil und Bogen schön den Arsch aufreißen kann. Scheiße. Gottverdammt, warum hat er jetzt schon wieder die scheiß Machete gezogen? Du dummes Stück Scheiße. Ja, komm her. Er kommt rein. Kommt rein hier. Er kommt rein. Oh, das ist schön erkannt. Seid ihr zu blöd, um durch Türen zu kommen, oder was? Ah, cool. Guck mal, ich kann meinen Pfeil wieder aufheben. Dann eben auf die Art und Weise, Alter. Ach, jetzt auf einmal wieder, ja? Gottverdammt, Alter. Diese Mist-Säcke, ey. Diese Spielmechanik ist für den Arsch, Leute. Zumindest so, wie ihr die umgesetzt habt. Das ist zum Mäuse melken, ey. Geh zurück, Mann. Wichser. Fert ihr den alten Sackdor an, ey. Mann, Mann, Mann. So eine Scheiße hier, ey. Egal. Ich hab keine Kugel verschwendet. Aber ich kann hier runter, glaube ich. Oder? Kann ich? Oder kann ich nicht? Da unten lacht doch was. Zum Aufsammeln. Der will hier aber nicht runter. Ah, doch, hier will er runter. Ach so. Ja, schön. Gib mir das. Juhu. Wieder ein Obstsalat. Ach, Mann, ey. Ein bisschen mehr Mühe im Gameplay und so, weißt du? Und vielleicht liegt es auch daran, dass es die PC-Umsetzung ist, aber... Das darf eigentlich so nicht passieren. Das funktioniert doch so nicht. So, den haben wir uns erledigt. Entledigt. Ja, du Sack, Alter. Auf die Nummer fall ich nicht nochmal ein zweites Mal rein, du Ratte. Das ist voll das Hotel des Grauens, ey. Hauptsache, die haben das Geld eingepackt. Das bringt einem auch viel. In so eine Apokalypse. Geld. Und diese Frame-Einbrüche gehen mir auch auf die Nerven. Sobald irgendwie menschliche Gegner in der Umgebung sind, fängt das Spiel an zu ruckeln. Für eine kurze Zeit. Wie Sau. Wenn es hier keine Deckungsmöglichkeiten gibt, geht mir auch auf den Nerven. Ob ich den von hier aus erwische mit dem Pfeil? Ich denke nicht. Und das sieht aus wie die Mutter von May. Kann ich irgendwie von hinten... Kann ich mich da irgendwie rumschleichen und dann... Das sieht aus, als wenn es funktioniert. Da ist er. Oder ist er. Jesus Christ. Das war knapp. Alter Finger. Pfeil am Bogen. Kann ich dich von hinten erwischen? Ich weiß es nicht. Ich versuch's einfach mal. Nein, nicht den. Dude. Den Dude. Ich bin tot. Ich bin tot. Jesus Christ, man. Jesus Christ, man. kann ich nicht vermeiden. Verdammt. Ich wollte den gerade töten, ey. Ey, Olle, ich hab dir gerade dein verschissenes Leben gerettet, man. Wie wär's mal mit... Ein bisschen Dankbarkeit, du Hure. Du bist die Mutter von May? Ich hätte dich irgendwie mir anders vorgestellt. Und ich bin hier, um dich rauszuholen. Okay. Wer auch du bist, lass uns gehen. Ich denke, ich weiß, wie wir uns rauszuholen. Ich bin hier. Ach, ach, okay. Was war das jetzt gerade? Für ein Ding? Das muss ich auch nur rausbegleiten, ne? Super. Durch die U-Bahn, genau. Da hab ich ja super Erfahrung mit der U-Bahn, ey. Was war das? Auf der Straße, auf der Schraub. Ich dachte, sie war meine Tochter. Du hast eine Tochter? Ja. Ich habe sie in über ein Jahr gesehen. Oh, dann halte ich mal ein bisschen zurück. Dann schaue ich mal, ob wir alles... Also vorhin war hier zumindest noch alles sauber. Was? Oh, hey, Dude. Shit! Oh nein, voll daneben! Ach, Gottverdammt! Diese Steuerung, diese kribbelige... Diese gammelige, stinkende... Er geht mir so dermaßen auf den Sack, ne? Ja, genau, Alter! Visier den irgendwo hinter dir an, ey! Ach, komm, hier, töte mich. Bring mich oben. Mach mich kaputt, Alter. Ist mir scheißegal. Anstatt den anzuzielen, den er schon die ganze Zeit im Visier hat, ey, mit diesem wunderschönen grauen Pfeil über dem Kopf, dreht er sich erstmal um 180 Grad und nimmt den, der hinter der Wand steht, ins Visier. Dummes Stück Scheiße! Verdammt nochmal! Scheiß war doch Pfeil und Bogen. Ich blase jetzt all den Kopf weg hier. Ihr Wichsnudeln. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin nicht... ... was ihr wollt... ... niemand will uns verletzen. Beggehe. Ich lese dir das laut und klar. Ich bin nicht... Ich habe keine Munition mehr! No way! Alter Finger! Nein! Welcher Speicherpunkt? Welcher Speicherpunkt? Welcher? Ach, super! So Leute, keine großen Worte zum Abschied. Pause!